Die hier zur Miete angebotene ca. 1849 Quadratmeter große Bürofläche befindet sich in Köln. Das Haus wurde 2001 erbaut. Das Bürogebäude verfügt über einen Personenaufzug. Die Mietkosten dieser Immobilie erhalten Sie auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017